Komm, 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 komm Yo, Schaus, Leute, seid ihr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Klick, Klick von Capital, Bra und Zamra So Leute, ihr habt es mir in die Kommentare reingeschrieben, bitte reagiert als nächstes auf Klick, Klick Und ich dachte mir, okay, ich mache das, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was der nächste Song sein soll Jetzt die Reaction Leute, wundert euch nicht, wenn er die ganze Zeit Werbung oder so eingeblendet wird Ich kann nichts dafür, ich bin diesmal auf Spotify unterwegs Und was kann ich sagen, ich kann sagen, Leute, Capital, Bra und Zamra Diese Kombo ist zu krass, ich freue mich auf jeden Fall Und es hört sich schön aggressiv an vom Beat her Bin auf jeden Fall mega gehypt, so Zeig mir deine Hut, du weißt nur, dass ich durch Maschine Ich komme aus Ukraine, ja, Kollege, ich bin Maschine Also, wie ich es auch in meinen anderen Capital Bra Reaktionen sage Leute, ich will, ich liebe den Kapital, den aggressiven Kapital am meisten Natürlich feiere ich auch den, der Party Tracks bringt, wo man sich gut zu bewegen kann Auch manchmal den, der ein bisschen diepe Sachen bringt, da höre ich mit Herz wirklich oft zu Aber der Kapital, der aggressiv ist, den feiere ich am meisten so Ich warte mal, Junge, was ist das für ein Song? Ich schwöre, ihr Sammler hat gerade komplett zerstört, aber positiv zerstört Junge, was war das für ein Reim gerade? Was war das für eine Stimme? Was war das? Junge, ich schwöre, ich habe es gerade richtig gefühlt Oh mein Gott, oh mein Gott, okay, 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 okay Ich glaube, das war nicht Capital, sondern Joker Bra Also, Link scheiße da und die regt mich gerade full ab Das ist immer, glaube ich, wegen dieser Werbung Aber egal, Leute Uff, also, da war gerade Joker Bra am Start Weil der Psycho, den Psycho habe ich an der Stimme direkt erkannt Aber das ist das Geile so, das ist das Geile Kapital lebt einfach die Musik Er lebt die Musik so, wie er Bock drauf hat Und so sollte das auch sein So sollte das sein Ey, also, sorry, ne Also, ich habe jetzt nicht Ich bin gerade bei der Hälfte, glaube ich, so Aber in diesem Lied dominiert für mich safe Samra bis jetzt Weil was ist das, was der Typ da macht mit seiner Stimme Ich habe euch gesagt Samra, für mich Samra muss, ist diese aggressive Richtung Keiner so krass wie Samra Weil, wenn er einmal, einmal nur schreit Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper So krass finde ich seine Stimme, wenn er aggressiv Ey Alter Ich muss runterkommen Ich bin gerade ein bisschen, Leute Ich sage euch, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht Nicht nur wegen dem Song Weil gerade war Derby, Leute Ich habe gerade Derby geguckt Und habe wirklich so rumgeschrien Ich habe wirklich so rumgeschrien Ich war noch nie so laut Deswegen bin ich so aufgedreht auch ein bisschen Vielleicht denkt ihr euch so Alter, der überreagiert ja voll Bin ein bisschen auf 180 Weil Derby war gerade, Leute 1-1 Das Endstand Aber für mich ist es trotzdem ein Sieg Weil Fanet hat Juckt irgendwie gerade gar keinen Aber Gala hat seit 20 Jahren Nicht bei uns im Stadion gewonnen Und dieses Jahr Die Luxus Karosse Im Video Spiel Zeitlupe Ich zähle Geld Und deine Rapper Sind drauf rein Zuhören Mastriert und bewaffnet Bis auf die Zähne Und werde ich verhaftet Steht mich klopst in die Kehle Genau das finde ich geil Bei dem Song Ich muss sagen Ich kann nicht meckern Weil ich habe jedes Mal gesagt In meinen Reactions Wann kommt wieder der aggressive Kapital Mit dem aggressiven Samra Aber richtig extrem aggressiv Und das ist genau das Das ist das Wonach ich mich ehrlich gesehnt habe Und ich liebe es Jedes, jedes, jedes Mal Wenn ich sehe Wie Kapital einfach seine Musik lebt Sei es wenn er aggressiv ist Und einfach seine volle Power reinhaut Sei es wenn er auf Entspannte Party Tracks bringen will Sei es wenn ihm was auf dem Herzen liegt Dass er einfach mal ein bisschen Diepe Sachen bringt So Erlebt seine Musik Komm, 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 komm Ey ich muss pausieren Ich will nicht Aber ich muss pausieren Sonst ist mein Video gesperrt Aber Mann Was macht Samra da Ich muss ein bisschen wieder zurück Ich will diese Stelle nochmal mir geben Ey das ist anders geil Der Song ist ja mal gerade anders geil Bis jetzt Sogar das Die Reaction diese Woche Wo ich mich gerade Wo ich am meisten so Fühle Anders Kein Niveau Diggi 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 Ich reagiere drauf Hammer 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 Ich bin gerade Ich könnte gerade Ein Marathon laufen Ob ihr es mir glaubt Oder nicht Mit dem Song Könnte ich Ein Marathon laufen Ich dreht euch Und hier dreht deine Reportage Hans Schellen Klicken Klick Klick Klicken Tast Dicker Dick Schaffel Waffel Dick Sauer Sick Sick Fick Alle Alle Wick Wick Alle Okay Leute Das war die Reaction Zu Klick Klick Kapital Braun Samurai Ich bin ein bisschen ausgerastet Tut mir leid Also ich bin aber gerade Auf 180 Vor Freude Bin ich auf 180 Leute Und geil Dass genau der Song Daran kam Dass es kein Deeper Song war Weil ich bin gerade Nicht in dieser Deepen Stimmung Um wirklich mal mit dem Herzen Zu hören Aber ich denke mal Hier sind bestimmt noch Diepe Lieder Bei Leute ich hoffe Euch hat die Reaction gefallen Wenn ihr zeigt es mir dann Daumen nach oben Abonniere meinen Kanal Um in Zukunft Keine Videos mehr zu verpassen Aktiviere die Glocke Würde mich auf jeden Fall freuen Auf Instagram MehmetK Unten Strich 1212 In der Infobox Findet ihr meinen Namen Könnt ihr mir da gerne folgen Wenn ihr Bock habt Leute Das war es Macht's gut Haut rein Und ciao